Mütter sind oft gezwungen, zu Hause zu bleiben und sich um die Kinder zu kümmern, während die Väter das Geld verdienen. Als dieses Paar für einen Tag die Rollen tauschte, zeichnete die Kamera in ihrem Haus eine überraschende Interaktion zwischen Papa und Tochter auf. Als dieses junge Paar sein erstes Kind begrüßte, waren sie überglücklich. Sie hatten sich ein Kind gewünscht, auf es gewartet und sich auf die Ankunft vorbereitet, aber sie waren trotzdem überwältigt von den endlosen Aufgaben, die sie Tag und Nacht erledigen mussten, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Wie jedes Neugeborene musste ihre Tochter gefüttert, in den Schlaf gewiegt, gewickelt, gebadet und unterhalten werden. Kinder groß zu ziehen kann manchmal anstrengend sein. Eltern haben das Gefühl, dass sie überall Augen haben müssen. Egal ob häusliche Pflichten, eigene Bedürfnisse oder das Kind, sie müssen immer präsent sein. Zum Glück hat sich die Technik in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Eltern weltweit nutzen Babyphones und Kinderkameras. Diese Geräte liefern Live-Bilder aus dem Raum, in dem sie installiert sind und ermöglichen es den Eltern, jede Bewegung ihrer kostbaren Kinder zu verfolgen. Und genau das hat die Mutter in dieser Geschichte getan, um sicherzugehen, dass ihre Tochter in Sicherheit ist, auch wenn sie das Zimmer für eine Minute verlässt. Da ihr Mann fast unmittelbar nach der Geburt wieder arbeiten gehen musste, blieb sie allein mit dem Kind zurück. In den ersten Monaten war es für sie eine kleine Erleichterung, dass ihre kleine Tochter noch nicht laufen konnte. Wenn sie ins Bad oder in die Küche musste, konnte sie das kleine Mädchen einfach in ihr Bettchen leben. Dann fand sie sie genau dort wieder vor. Das änderte sich jedoch, als das Kind anfing zu krabbeln. Die junge Mutter wusste, dass ihre Tochter die Welt auf eigener Faust erkunden wollte. Aber sie wurde jedes Mal unruhig, wenn sie sie nur für eine Sekunde aus den Augen verlor. Die Kameras im Haus ermöglichten es ihr, die Bewegungen ihrer Tochter nachzuverfolgen, ohne dass sie sich eingeschränkt fühlte. Als ihr kleines Mädchen älter wurde, beschloss die Mutter wieder arbeiten zu gehen. Sie hatten einen fantastischen Babysitter, dem sie sehr vertraute, aber an diesem Tag ließ sie ihre Kleine in den fähigen Händen ihres Vaters, der zufällig einen freien Tag hatte. Inzwischen war ihr Mädchen groß genug, um selbstständig zu laufen. Nachdem sie alle grundlegenden Anweisungen gegeben und sichergestellt hatte, dass alles, was sie vorbereiten konnte, an Ort und Stelle war, machte sie sich auf den Weg zur Arbeit. Der Vater hatte die einfache Aufgabe, sein Mädchen beim Schlafen zu beobachten. Nach dem Aufwachen musste er sicherstellen, dass ihre Windel sauber und trocken war und ihr dann die Flasche geben. Ein wenig Spielzeit würde sicherlich ausreichen, um sie glücklich und zufrieden zu machen. Sie konnte ihm Bescheid sagen, wenn sie sein Eingreifen brauchte. Anfangs lief alles sehr glatt, während das kleine Mädchen friedlich schlief. Papa dachte vielleicht, dass seine Frau oft übertreibt, wenn sie Schwierigkeiten damit hatte, sich ständig um ein Kind zu kümmern. Es war doch leicht, ein Auge auf das Mädchen zu haben. Die Dinge änderten sich, als das Mädchen wach wurde. Sie war mit dem falschen Fuß aufgestanden. An diesem Morgen begann sie sofort unkontrolliert zu weinen. Sie schaffte es, aus ihrem Bettchen aufzustehen und machte sich auf den Weg ins Wohnzimmer. Ihr Vater ging die Liste der Dinge durch, die seine Frau normalerweise tat, um sein Mädchen glücklich zu machen. Aber absolut nichts half, ihr Gemüt zu beruhigen. Sie hörte nicht auf zu weinen. Nicht mal die Flasche, die normalerweise half, konnte das kleine Mädchen an diesem Tag besänftigen. Es ist gut möglich, dass das Kleinkind einfach nur seine Mama sehen wollte. Als Hauptbezugsperson hängen Babys oft an ihren Müttern und leiden manchmal sehr unter Trennungsangst. Obwohl sie an die Gesellschaft ihres Vaters gewöhnt war, konnten auch seine Bemühungen ihre Sehnsucht nach der Mama nicht stillen. Es war an der Zeit, dass sich der Vater mehr ins Zeug legt. Zum Glück war dieser Mann sehr kreativ. Er wusste, wie man mit Ablenkungsmethoden eine Situation lösen kann. Es war an der Zeit, die Aufmerksamkeit seiner Tochter von der Sehnsucht nach Mama abzulenken, indem er etwas tat, das ihre Aufmerksamkeit erregte und sie vielleicht sogar zum Lachen brachte. Da stand sie nun im Wohnzimmer und die Tränen kullerten immer noch aus ihren Augen. Warum der Vater nichts von den Kameras im ganzen Haus wusste, darüber kann man nur spekulieren. Es ist möglich, dass er einfach nicht auf die Details geachtet hat, als er von seiner Frau über die Installation informiert wurde. Ein anderer Grund könnte sein, dass er durch das ständige Weinen seiner Tochter und seine Unfähigkeit, ihre Probleme zu lösen, so abgelenkt war, dass er die Kameras vergaß. Zuerst dachte er, dass der Klang von Musik ausreichen würde, um seine Tochter glücklich zu machen. Er schaltete das Radio ein, um sie abzulenken. Leider funktionierte das überhaupt nicht. Es war an der Zeit, die großen Geschütze aufzufahren. Was zwischen Vater und Tochter geschah, wäre ohne diese Kameras vielleicht ein Geheimnis geblieben. Als die Mutter nach Hause kam, fragte sie ihn, wie der Tag war. Da er nicht zugeben wollte, dass es ein paar Probleme gab, leugnete er, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gab und sagte einfach, dass alles glatt lief. Als die Mutter sich nach der Arbeit niederließ, fühlte sie sich gezwungen, einen kleinen kurzen Blick auf die Kameras zu werfen. Nicht, dass sie ihrem Mann verdächtigte, etwas falsch gemacht zu haben. Sie war einfach nur neugierig, wie die beiden miteinander auskamen. Denn je besser sie miteinander auskam und je fähiger ihr Mann war, desto ruhiger konnte sie die Zeiten überstehen, in denen sie das Mädchen bei ihrem liebevollen Vater lassen musste. Sie wollte es nicht zugeben, aber sie hatte ihr Baby tagsüber schrecklich vermisst und wollte wissen, was sie getrieben hatte, während sie auf Arbeit war. Die Wiedergabe der Interaktion zwischen dem Vater und der Tochter war zunächst etwas beunruhigend, als sie die Schreie ihres Babys hörte, die länger andauerten, als sie es gewohnt war. Sie wusste, dass ihr Mann es nicht gewohnt war, sich so lange alleine um ihre Tochter zu kümmern. Aber an diesem Morgen hatte sie ihn ausdrücklich gesagt, was er tun sollte, um sie zu beruhigen, weil sie unkontrolliert weint. Sie beobachtete, wie er ihr eine warme Flasche Milch anbot, sie in den Arm nahm und wiegte und sogar den Fernseher einschaltete, damit sie ihre Lieblingsserie sehen konnte. Doch das kleine Mädchen war wirklich untrüstlich. Sie wollte sich gerade aufregen, als sich die Szenerie auf dem Band plötzlich veränderte. Es war fast so, als ob zwischen den Szenen gewechselt wurde, wie bei einem Film. Die Mutter konnte nicht glauben, was sich da vor ihren Augen abspielte. Der Vater wollte so verzweifelt, dass sein kleines Mädchen aufhört zu weinen, dass er alles Nötige und mögliche tat, um ihren Tag zu erhellen und sie abzulenken. Der Vater war kein guter Tänzer, aber er beschloss, den Sender auf eine fröhliche Musik umzustellen. Als der Mädchen dadurch nicht aufhörte zu weinen, fing er an, ein paar Tanzschritte zu machen. Er blieb auf den Knien, um auf gleicher Höhe mit seinem Kinn zu sein und fing an, sich zu drehen und ein paar Affenbewegungen zu machen, um die Aufmerksamkeit des kleinen Mädchens zu erregen. Dann geschah ein Wunder. Das Mädchen hörte auf zu weinen. Sie stand ganz still da und schaute sich die seltsamen Bewegungen an, die sich ihr Vater ausdachte. Der Vater drehte die Lautstärke weiter auf, sodass der Klang der dröhnenden Lautsprecher das ganze Haus erfüllten und die Stimmung in Freude umschlug. Es dauerte eine Weile, aber nach ein paar Augenblicken, in denen sie die albernen Bewegungen ihres Vaters beobachtete, änderte sich das ganze Verhalten des Mädchens. Sie beschloss, sich der Party anzuschließen und begann neben ihrem Vater zu tanzen. Ihre Traurigkeit von vor ein paar Augenblicken war völlig vergessen. Nachdem sie eine Weile getanzt hatten, schauten sie direkt in die Kamera und, als wüsste sie, sie würde gefilmt, ließ sie zu, dass ihr breites Lächeln eingefangen wurde. Hätte der Vater von den Aufnahmen gewusst, wäre es vielleicht nie zu dieser Aufzeichnung gekommen und die Mutter hätte um einen Moment gebracht werden können, der zu einem ihrer Lieblingsmomente geworden ist. Hier wurde bestätigt, dass ihr Mann und ihre Tochter auch eine besondere Beziehung haben und dass sie sich entspannen konnte, wenn sie die beiden alleine lassen musste, weil sie zur Arbeit ging oder andere Besorgungen machen musste. Was für ein süßer, lustiger Vater. Erinnerst du dich an eine besondere Art und Weise, wie deine Eltern dich beruhigt haben, als du klein warst? Und was denkst du über Videoüberwachung zu Hause und Babyphones? Sag es uns in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.